Ah, da kommt er ja endlich! Vor doch langsamer Zeit, hab schon so lange gewartet. Hallo, ey, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Du hast gesagt, ich soll schnell kommen. Ist was politisch wichtig passiert? Ja, ja, politisch. Hier ist ein Platz. Hey Leute, ich hab was Wichtiges zu verkünden. Deine Krawatte passt voll gut zu meinem Anzug, als wenn wir das Outfit geplant hätten. Voll süß. Also, ich hab diese Pressekonferenz einberufen, um etwas sehr Wichtiges zu verkünden, nämlich, dass Wladimir Putin und ich ein Liebespaar sind. Ja, wir sind zusammen. Ich bin seine Freundin, seine Liebhaberin. Ich weiß, das schockiert jetzt einige und ich kann verstehen, wenn die so tosende Reportermenge möglichst viele Fotos von uns beiden zusammen machen muss. Oh, na schön, ich mach eins. So. Ich kann mir schon die Bild-Zeitungsüberschrift vorstellen. Ich hab mir da was überlegt. Merkel, diese brutale Sexbestie. Alle Männer wollen sie. Hallo, ich wollt auch was sagen. Ich nicht so gut zugehört. Ich nicht so gut Deutsch sprechen, aber... Bitte helfen Sie mir. Frau ist böse. Ja, ich glaube, wir brechen die Pressekonferenz jetzt ab. Wir haben ja noch andere Sachen zusammen zu tun, ne, Wladimir? Komm, wir machen noch ein Foto zusammen. Das ist immer so süß, wenn du so tust, als wüsstest du gar nicht, dass du in mich verliebt bist. Hilfe! Oh! UFM. Young Fresh Music.